Drei Kills und ein Win holen mit einer 15-Schuss-MP5. Als mein Stream mir diese Aufgabe gestellt hat, dachte ich erstmal, es ist super easy. Doch unser Statistik-Brain-Mike erklärte mir ganz schnell, dass es doch nicht so einfach ist. Denn die Waffe braucht 13 Schuss, um jemanden zu töten. Heißt, man muss alle Schüsse treffen. Ja, und mein Aim ist eher so. Nein! Nach drei Stunden war nur noch eine einzige Runde, um diese Challenge zu schaffen. Ansonsten musste ich mit einem Kangaroo-Kostüm in den nächsten Stream kommen. Ich hab Bock. Das war mein Kill, das war mein Kill. Jetzt also nur noch die Runde gewinnen. Nein, da ist noch einer. Da können wir uns mal nicht auf was drausen. Geil. Juhu! Morgen kommt die nächste Challenge, Link ist in meiner Bio.